Jans und herzlich willkommen zurück zu Angerfruit. Heute gehts los mit den Heuschrecken. Ich bin gespannt was uns hier erwartet. Auch wieder 45 Sterne, ich schätz mal wieder bloß so 15 werden wir schaffen. Aber gut, alle absteigen bitte. Schliess das Level abschliessen, Level nur mit Dritten abschliessen, Level mit folgenden Schuhen abbrecher. Haben wir glaube ich nicht. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Die Kontaminieren lösen sich auf. Die Kanalisationen stinken nicht mehr so schön. Vielleicht sollte ich mein kriminelles Leben überdenken. Eine andere kriminelle Laufbahn einschlagen. Ich helfe dir dabei gerne. Achtung, das Flusswasser wird sauberen. Wir müssen etwas dagegen tun. So wird sie dreckig. Ich verschmutze die Umwelt nicht mehr. Deshalb verbrenne ich diesen ganzen Müll. Ich brauche ihn ja nicht mehr. Ich schätze ich muss mich jetzt den Heuschrecken anschliessen. Ich hatte mich schon so aufs Müll fest gefreut. Worauf soll ich mich jetzt freuen? Ich schätze das Scheinfest ist praktisch das gleiche. Meine Haut brennt und juckt nicht mehr, wenn ich schwimmen gehe. Das fühlt sich einfach falsch an. Was zum Teufel ist das? Wir leben in seltsamen Zeiten. Diese Seife. Ich bin Scheisshausens bester Rohsystemarchitekt. Mit diesem einfachen, eleganten Design kann ich Flüssigkeiten aus dem Wasserkanal effizient in meine Tasse leiten. Mega effizient. Jetzt sehe ich da hinten irgendwas. Ist das ein Hool? Jetzt habe ich natürlich die Drogen genommen. Jetzt sehe ich absolut gar nichts mehr. Ich habe länger schon keine Tentakel mehr gesehen. Wo die wohl hin sind? Ich glaube es war ein Kind. Willst du auch zur Urbahn? Ich habe meine ganzen Pferdsachen gepackt. Bei den Heuschrecken werde ich groß rauskommen. Warte ich heff dir. Maggy the Mugger says, Traintracks are for brave kids. Shit underground. Jetzt können wir ganz kurz schauen was sie da sehen. Das ist ein Hool. Na ja, da kommen wir nicht hin. Subway. Gut, dann los geht's. Schlitten. Anatomie-Studie. Wie es auch immer. Ich habe eigentlich gar kein Skelett getroffen. Mal schauen wie die Heuschrecken so drauf sind oder was ich will. Ne, nicht Schlangen. Schlangen gehören nicht hier hin. Okay, die Subway ist da. Ich glaube ich sollte einsteigen. 69 Avenue Slime Street. Das ist ein riesen Hotdog. Das ist ein riesen Hotdog. Wie der Mann verstehe ich absolut gar nichts. Oh shit! Eintreffen, wir sind dead. Lief ja nicht so gut. Ok, wir haben eine 20 Subway, die wir Swingen müssen, um da hinzukommen Überhaupt, wo wir hinwollen Der ist dead Den hab ich nicht gesehen Ok, nun mal kurz schauen, ob ich was übersehen werden Werde ich sowieso, aber ok Ich will gerade auf die Fliegen schießen Komm runter Als ob ich den nicht getroffen hab War das jetzt der Falsche, ne? So Ich komm gleich Ein Energy Drink für uns Kommen wir da nach hinten? Nooo, shit Ich benutze die Schuhe zu wenig Ist auch ein bisschen schwierig Diese Schuhe zu nutzen Weil man echt so viel Platz hat eigentlich Zum Rutschen You are dead Ah, fuck Ich glaub ich muss andere Schuhe anziehen Die gefallen mir eigentlich gar nicht Dann lieber irgendwie so einen mächtigen Sprint Oder mach ich hier Weniger Schaden, wenn wir Leute umbringen Let's go Ok I see Falsche Schuhe für diese Gegend Ok, dann reiben den Sprint Das geht ja ziemlich schnell bei den Schuhen Dass man stirbt Einmal so gut werden wir Ok Zu lange gewartet Vollidiot Das war ja richtig doof von mir gerade Jetzt hab ich's wieder drauf Und dann sehe ich wieder wie's funktioniert Mit viel Schrott zu haben Energydrink Und ein Bier So, tschüss Waren das alle Waren das alle Waren das alle Sieht nicht aus Kuss ein paar Bierchen Da geht's nicht rein Da geht's Vielleicht hinein Oh Der Arme Hat das jetzt gezählt oder nicht? Ich hab's gar nicht gesehen Falls es gezählt hat Hat's gezählt hoffentlich Hat er ne Granat geworfen? Ok, ne glaubt nicht Noch besser Ah, da kommen wir hier hinein Weisst du wie brutal das ist? Jemanden einen Rolltreppe runterzuschmeissen Das war echt mies von mir Ok, das ist die Tür Das war grad wirklich mies Einfach die Rolltreppe runtergeschmissen Schnell weg, schnell weg, schnell weg Ah, shit Da wollte ich zu viel Da wollte ich zu viel Ok, come on, come on, come on Das war gut Das war auch gut Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Energy Drink Bier Bier Das war's schon mit denen allen Ah, shit Da hat's noch jemand gehabt Der explodiert ist Man will schnell durch Aber dann ist man doch Trotzdem zu schnell Um da drüber zu kommen Oder zu gehen Oh, shit Das waren die Fliegen Das war die drei Vier Hallo Hallo Waren das alle? Das waren alle Ein bisschen langsam machen Aber trotzdem schnell Gut, die Waffe ist dead Doof Okay, okay, okay Okay Skelett Gib mir die Waffe bitte Deine Waffe Geht kurz her Wo hat der seine Waffe verloren? Da Dump Decent Nosebound Wir müssen ein bisschen aufpassen Geht's mal ein bisschen zurück Geht's mal ein bisschen zurück Krabbe ist leer Ich bringe jemand eine Waffe Danke Okay Das ist so brutal Lebt noch jemand? Nobody Nobody Gibt's hier noch ein Secret? Ich glaub das war die letzte Exit-Tür Okay Okay Die Subway Und los geht's Alles aussteigen 43 Leute Sehr schön Okay Nur mit Tritten Ist auch wieder schwierig Weiter geht's Aber ich würd sagen Das war's wieder mit dieser Folge von Engelfood Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss